Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadows 2 Perfilia. So, da hinten steht noch nicht der sogenannte Schattenmann. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht was ich machen muss. Ich denke, du sollst nach Hause nach der Party gehen. Ich verstehe. Du brauchst extra Geld, aber wie gesagt, ich und Englisch, das ist nicht meins die Sprache und wird sie auch nie sein, bin ich ganz ehrlich. Schattenmann ist noch nicht da. Ja, deswegen Hint. When you heard pounding you need to calm down. Use space to shut. Okay. Wenn ich mein Herz pochen hau, soll ich knien und mich die Augen zu machen. So weit habe ich das verstanden. Aber weiter nicht. Das war der Fahrstuhl. Okay. Sneakene Augen zu. I should be home. What? I need to leave. Should be home. I should be home. What the fuck? There is clearly something behind the door. No faxes. I am going back to my room and calling the police. Wo sind meine Batterien bitteschön hin, die ich eingesammelt habe. Okay, ich soll jetzt zurück. Da steht der Shadowmann. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. There is something standing here. What? What fuck this? I am out. I need to get to the 11 fast. I need to get to the 11 fast. I want to get to the 11 fast. I want to get home. in one piece. Ich sage ja ich und Englisch, dass ich werde mit dieser Sprache kein Freund. Bin ich ganz ehrlich. Und eigentlich möchte ich mit dieser Sprache auch kein Freund werden. Denn ihr hört es ja selber, Englisch liegt mir überhaupt nicht. Warum auch? Ich muss ehrlich sagen, meine Muttersprache ist Deutsch. Und so muss es auch sein. I left the TV removed in my office in case you needed. PS, make sure you lock out before midnight. Was? Ich verstehe meist nur die Hälfte von dem, was die hier von mir wollen. Alter, was? Warum ist hier Blut? Und warum ist da ein Herz? Alles klar. Hey. We interrupt this program. This is a national emergency. Important instructions will follow. Okay. Okay. Äh. 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 Scheiße, die kann ich nicht zumachen Was auch immer Was? Okay Ich muss sagen, ich feiere ja solche Spiele Aber das gerade Oh, ich hab da was gehört Nein Scheiße Da hinten stand einer Mit dem Fahrstuhl kann ich nicht fahren Ey Was kann man mit den Dingern machen? Ich kann nicht mal umblättern Schön Wieso ist mein Kopf dort auf einmal rot? Es ist so schön Mmm muss ich das doch länger machen wäre ja doof wenn die in der ganzen aufnahme nur dunkelbild haben ja ja dann ein bisschen haben uns beruhigt der steht immer noch da ist auf jeden fall eine person die wackelt wenn ihr wisst was ich alles so machen muss in dem spiel schreibt es mir gern mal in die kommentare ich will jetzt aber ungern zu dem dort hingehen aber anscheinend muss ich das what's stuck maybe i can move it with something da hinten gab es nichts mehr ich muss hier lang einmal tiefluft geholt da Was zum? Oh ne, ich hab da irgendwas gehört. Was war das? Okay. Wie es weiter geht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr lasst einen Daumen runter, lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video, bis dann bleibt entspannt, genießt den nächsten Tag. Bye Bye.